Hallöchen ihr Lieben, euer Johnson89 mal wieder hier. Ja, ist schon ein bisschen her, aber ich habe mir gedacht, ich melde mich mal wieder zurück. Ich habe ein bisschen was geplant. Ich will, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, auf jeden Fall jede Woche, jetzt, ich weiß noch nicht welchen Tag, ich nehme eigentlich, ich weiß ja immer so Mittwoch und Sonntag, vielleicht schaffe ich es Mittwochs, ein Video machen, so ein bisschen entweder oder, oder ein Video, wo ihr mir Fragen stellt, deswegen würde ich euch bitten, unter das Video oder an meine E-Mail-Adresse, die in meinem Infoteil drin steht, stellt mir Fragen, macht entweder oder Fragen, also würdest du eher das oder das, oder stellt mir einfach Fragen, die euch interessieren. Ich habe letztens wieder einen getroffen oder ich wurde wieder angesprochen bei uns im Laden, voll nett, und ich habe leider wieder vergessen zu fragen, wie er heißt. Wenn du das Video guckst, liebe Grüße an dich und den Freunden, die du dabei hattest, schreib mir doch einfach mal unter die Kommentare, wer du genau bist, weil ich weiß, du hast kein Instagram, was ich immer noch nicht verstehe, kauf dir ein neues Handy. Nee, Scherz, brauchst du nicht unbedingt. Also, ich brauche es, du nicht. Liebe Grüße an dich, unbekannterweise nochmal, auch wenn du schon sehr oft da warst. Ja, so Sachen will ich gerne wissen. Also, ihr habt bestimmt viele Fragen, also ich habe ganz viele Fragen bei Instagram bekommen und auch ganz viele E-Mails. Letztens auch von einem, oh Gott, die war so süß, die habe ich auch auf die Taschen gebracht und ich so, oh mein Gott, dein Video ist voll toll und dann haben wir hin und her geschrieben über E-Mails, was ich eigentlich voll selten mache, als ich denke mir, ja gut, ganz viele Leute, also schreiben mir auch wirklich viele, und ich kann, ich schaff's halt auch nicht, aber das war mein Handy, nicht allen zu antworten, aber ich gebe mir Mühe und mit ihr war das voll süß und voll nett, schreibt mir einfach, ich will euch kennenlernen, deswegen schreibt mir. Ja, nochmal zurück zu meinem Plan. Ich will diese Videos machen, ich will feste Videos machen, dafür brauche ich euch. Ja, schreibt mir bitte einfach unter dieses Video oder wirklich per Mail diese Fragen und dann mache ich auch was draus. Es gibt so viele, die mir zu meinem Coming-out-Video was geschrieben haben und ich weiß gar nicht, ob ich da bis jetzt alles schon beantwortet habe, weil das relativ viel war an Anfragen, die ich da bekommen habe. Ja, danke nochmal für euer Feedback, für eure kleinen Geschichten, ich habe vieles gelesen und dachte mir, oh, geht ja doch ganz einfach heutzutage, wobei ich auch manches gelesen habe, wo ich mir gedacht habe, meine Güte, Menschen sind einfach nur scheiße und ich weiß nicht, wo das Problem von den Leuten ist, ganz, ganz schlimm, wirklich. Ja, ich glaube, das war auch der Inhalt dieses Videos, ich will gleich noch eins für euch drehen, deswegen nicht wundern, ich habe jetzt auch, ehrlicherweise, keinen Bock mich nochmal umzuziehen, nur um eine neue Location rauszusuchen und mich dann neu zu stylen. Ich bin zu faul, wir haben 22.21 Uhr, es ist tatsächlich schon dunkel, die Mondfinsternis ist schon um und nee, jetzt habe ich echt keinen Bock mehr drauf, mich dann noch kurz rumzuziehen, deswegen würde ich jetzt sagen, bis zum nächsten Video, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und den anderen Scheiß drehe ich jetzt gleich, tschüss.